Gucken wir doch nochmal nach. Was habe ich beim letzten Mal angestellt? Ja, das ist dabei. Das ist auch dabei. Sehr schön. Das, was wir ja brauchen. Ein bisschen Munition haben wir. Jetzt hier haben wir auch. Was noch? Mal aufladen. Gerade voll. Aber gut. Schauen wir mal nach. Was das zu sein muss. Suchkapsel. Leichenhalle. Da müssen wir hin. Hä? Richtig. Mit der Superwaffe auf diesem komischen, dämlichen Knopf drinnen. Ohne, dass Dante dabei ausrastet. Ich muss in die Psychotronik. Ich will das haben. So, dann grüße ich noch Alizea und Günther. Antwortet wurde ja schon. Mir geht es nämlich gut. Ich kann mich jedenfalls nicht beschweren. Andere schon eher. Hey, Jan, ich weiß, dass du da bist. Ich weiß, dass du mich auch am liebsten erschlagen möchtest. So. Naja, das ist mir schon klar. Das ist mir schon klar. Gut so. Gesundheitlich sieht es bei mir nicht so gut aus im Spiel. Nicht so wie bei anderen. Ich will niemanden angucken und noch keinen Namen nennen. Spaß beiseite. Wer krank ist, das ist nicht schön. Ich weiß, dass du da bist. wenn ich ja wieder hier langlaufen und das habe ich erwischt hallo ich will mit dir reden hallo da greift das schon an und kommt runter und trau dich dass du da oben bist komm schon ouch noch mein kopf brauche ich gerade nicht runter mal so eine fette ladung reingedrückt ist immer ein bisschen schwerer hier rein zu kommen ich hasse ihn nix anderes übrig habe ich mich wenigstens mal an ihm gerecht noch mal laden toll weißt du nicht wenn ich mich die ganze zeit angreifen können auch so ein bisschen dämlich ich kann auch nicht durch wände schießen tschüss ich muss einfach so riskieren da hast du ja gar keine chance jetzt mal kam er wenigstens runter und der albtraum hat sich weggegeben auf wenn zu laufen Ich hätte von einem Albtraum verfolgt. Nein, wer hätt's gedacht. Nein, das nehme ich jetzt. Komm runter. Ja. Oh. Der ist schon mal weg. Das ist grad ein Teil, was mir überhaupt nicht gehilft ist. Oh. Was macht der Albtraum? Ich dachte, das ist elektrofiel. Oh. Alter. Super kritisch. Der wusste ganz genau, wenn ich hochkomme. Der war gemeingefährlich. Okay, wir halten hier einfach unten aus, weil ich hab keine Heilung mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich das so in der Republikkarte machen kann. Aber wenn, dann werd ich's bei guter nächster Möglichkeit machen. Aber jetzt muss ich erst mal 1,30 noch überleben. Ohne, dass er hier seine Fähigkeiten bei mir wieder benutzt. Jetzt kann ich mit dir reden. Ach so, du bist für Psy-Kraft. Aber er nutzt sich ja nicht. Das stärkt ihre Konzentration. Ich wundere, dass ich gerade herumlaufe. Bloß falls er wieder hier seine eine Attacke startet, würde ich da nicht nochmal gegen die Decke knallen. Ich wundere, wenn's gerade voll nervig ist. Ich bin hier unten. Verschwind ist gleich. Verschwind ist gleich. Soll ich die Position wechseln? Ja, ich lieg gerne unten. Verschwind ist gleich. Jetzt ist der Hosen-Scheißer wenigstens weg. Okay, bin ich gut. Heißt, ich bin doch normal im Kopf. Techniker. Techniker. Oh Gott, ich hab gerade ein anderes Wort verstanden. Nicht ich fliege, sondern naja. Dankeschön. du wirst in meinem memorand auftauchen ach stimmt ja jetzt sind die hier noch ich muss nachladen immer auf wenn es dampfen oder so kein wunder dass die reinigungskraft nicht hinterher kommen dass die nur eine feuerkraft hat von elf rotz die die dinger weg wie nicht die schleichen sich aber meistens an mich die ist noch nicht so ganz aufgefallen dass mich das nicht interessiert diese ganze scheiße hat dieses scheiß ding nach und das machen zu können ich bin zu kurz ne ich bin zu kurz ne danke schatz nur für diese kacke diesen ganzen scheiß aufwand also komme ich ja nicht in die quartiere rein was ich ein bisschen idiotisch finde ist weil ich schon einige schlüsselkarten habe die dort und rein fügen ich nehme den quartierschlüssel von bellamy's leiche an dich ich nehme den quartierschlüssel von bellamy's leiche an dich ist ja eigentlich das was ich gerade gemacht habe aber warum na ja wäre über so medizinroboter mal ganz glücklich der lag aber steif da liegen da kann das ding nur stehen ja manche sagen können halt nur stehen haben wir die scheiße erledigt das ist eine 3 also da muss ich sagen das ist wieder mit so einer map wieder so beschissen gemacht vor allem hier ist es immer noch neben den quartierschlüssel von bellamy's leiche nicht alle nicht deswegen aber da ja keiner wieder aufgepasst hat ja auch nicht ist das gerade ist doch links auf zugangsdaten der speichert die ganze passwörter simulation morgen sind die gleichen halle das deal habe ich jetzt sein aber hier ne der schüssel der leiche indem die kartierschlüssel von bellamy sagt er mir ja hier also ich gerade so nicht sieh da so etwas was sie an dem spiel so hasse es könnte sehr gut sein dass ich noch nicht an der anderen mal deaktivieren würde ich wirklich nur in einen jetzt mal sehe und 20 meter die richtung die da hier komme ich nicht dran nix ach hier ist er ah bei der meinung ich habe jetzt schon alle gedootet gut dass ich jetzt mal einfach alles ausgeschaltet habe die schüsselkarte um sein quartier in der besatzungskartier und zu betreten jetzt jetzt können wir endlich dahin toll toll ich hoffe mal den macht das ist ja das was wir brauchen toll toll und dann dann und dann komme jetzt dann mit du wirst jetzt mein neuer freund sein das da 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 du hast beim ablenken Servus. So, 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 so. Läufst du im Ganzen im Kreis oder? Wird mich ja freuen, wenn er einfach hingeht, mich vergisst. Ja, er hat mich vergessen. Nein, nein, ja. Aua! Ja, nerv mich doch jetzt nicht damit. Ey, meine Fresse noch eins. Das ist so, in den meisten Spielen sowas tödlich ist, mitten bei sowas einem zu sagen, hey, du darfst da nicht durchgehen. Bin ich immer sehr hilfreich. So. Oh, viel weg! Fährlich hier. Ich starre in die Leere zwischen den Sternen. Da ist etwas dort draußen. Ich weiß es. Ich war nicht. Ich bin oben auf der Bühne.